Also, ein wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.40 Uhr, mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room heute noch mit Cappy und Sportoutfit. Ich ziehe mich erst gleich um und bin ein bisschen spät dran heute. Es ist schon 8.41 Uhr, wie gesagt. Und wir sehen direkt hier zu Beginn eine Blue Box im DAX. Blue Box im DAX. Einstieg und die Blue Box ist jetzt aktiviert. Und wir haben hier 15.746 zu 15.727. Eine 19er Box im DAX, also unter 30 auf eine Minute. Das ist eigentlich ganz okay. Wir gehen rein in die anderen Blue Boxen. Also, die 10er Box ist direkt in den Gewinn gelaufen. 14er gestern am Abend auch in den Gewinn gelaufen. Ein 10er, da sehen wir eigentlich, wie ruhig der Markt ist, ist ausgebrochen. 28er war ein bisschen groß. Hier nochmal eine 10er. Verrückt. Relativ selten so. Ja, 24er Box. Wir sehen gestern ganz, ganz viele 10er und 13er Boxen gewesen. Also sehr, sehr ruhig im Verlauf, obwohl der Move ja gestern einen Schritt nach oben der Markt diesen Move gear gemacht hat. Aber danach lief das Ding seitwärts. Wir haben gestern 150 Punkte, aber das Ganze bis 11.22 Uhr oder 12 Uhr. Und danach sehen wir jetzt auf 5 Minuten, ich mache mal den Chartwechsel, sehen wir, dass das relativ dann ruhig lief. Wir sehen da nochmal eine 28er auf 5 Minuten. Ja, auch der ist direkt im ersten Anlauf in den Gewinn gekommen. Und wenn man auf 5 Minuten eine Box sieht, die kleiner ist als 30, dann kann man die gerne, gerne nehmen. Gucken wir mal auf 15 Minuten. Da gab es keine kleine Box. Okay, wir starten heute also mit einer, mit der Blue Box. Die Wohler Boxen. Ja, gestern ja, wir wollten hier den Hedgeauflösungstrade machen, aber hat nicht funktioniert. Der Trade ist oben raus. Hier haben wir einen Big Number Trade laufen lassen nach oben. Haben nicht ganz den perfekten, aber das findet man nie. Aber wir haben fast die Spitze gekriegt. Es haben also 20 Punkte, 28 Punkte gefehlt. Haben die Strecke von hier, glaube ich, ganz gut gemacht. Ja, und dann seht ihr, wie die Wohler Boxen sind. Und die Frage, die sich alle immer stellen, wo kommt denn heute die Wohler Box rein? So, aktualisieren wir mal hier und dann sehen wir die Wohler Box. Okay, Blue Box und Wohler Box. Christian ist ja gestern hier gewesen. Also, da muss ich das mal neu reinführen. Also, gestern der. So, 15.727, also sind fast da, wo wir aktuell sind. Das bedeutet, wir gehen hier auch mit geringerem Risiko rein. Wenn wir so dicht dran sind. Also, 10 Punkte darunter. Hier wird der Markt reinkommen. Wir bleiben also bei diesem kleinen Risiko. Okay, und dann starten wir heute direkt durch. Oh, ich sehe, hier hat jemand gezeichnet. Mit Zickzack-Linie. Daily und fang ganz oben an. Neben den DAX. So, Daily Long, meine Damen und Herren. 4 Stunden Long. Stunde Long 30. Long 15 Short. Und 5 Minuten auch Short. Aber in der großen Zeit, dem der DAX Long. So, in Gold. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Short. 30 Short. 15 Short. 5 Minuten Long. Öl. Daily Long. 4 Stunden Long. 30 Stunden Short. 30 Short. 15 Short. Und 5 Minuten auch Short. Nasdaq. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Unentschieden. 15 Long. Und 5 auch Long. Also, auch hier alles Long. S&P 500. Daily Long. Neues All-Time-High gestern. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Unentschieden. 15 Long. Und 5 Minuten auch Long. Also, auch hier die Bahn Richtung Long frei. Letzter Markt hier von den Indizes. Dow Jones. Daily Long. All-Time-High gestern. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Unentschieden. 30 Unentschieden. 15 Long. Und 5 auch Long. Also, ähnliche Entwicklung. Und jetzt gehen wir zurück. Und gehen eine Etage tiefer. und fangen an bei den Bitcoins. 60.000. Daily Long. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Short. Und 5 Minuten Short. Ethereum. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten auch Long. So, das bedeutet, wir haben einmal den Mini-Überblick, wie die Wetterlage ist. Und jetzt bereiten wir uns auf die Wettkampfvorbereitung. 8 Uhr 47. Bluebox ist platziert. Big Number ist relativ weit jetzt entfernt. 35 Punkte. Es ist ein sehr ruhiger Verlauf. Wir sehen 19,5 Punkte, die Trading Range. Also, hoffentlich, dass wir zur Markteröffnung ein bisschen mehr Volumen reinkriegen. Die Wohlerboxen kommen bei 27 rein. Und da gehen wir mit geringem Risiko rein.